Musik Hallo Leute, jetzt kommen wir in mein Video und zwar heute spielen wir Suicide Guy Sleeping Deeply Das ist Suicide Guy aber in tiefer Schlaf, also das ist Suicide Guy 2 Gestern habt ihr ja die Suicide Guy letzter Folge gesehen Heute werden wir in das zweite Version davon machen und ja beginnen wir mal Wir sehen das jetzt normales Bier Extra strong A neues Bier 99,9% Alkohol Geht jetzt zum Ding und findet das Bier Das 99,9% Alkohol Boah, die Junge ist tot Gefühlt Ah, jetzt für den Tischschlaf Das ist ein Ding Wo bin ich dieses Mal? Hä? Es sagt so Pirat geworden Oh nein, ein Tentakel Oh Na gut Oh nein Oh Dein Auge ist einfach raus Also Sie können den Auge schieben Das und X Ich tue es mal ein Dotzin Tschöne Hier ist schon ein X Ich glaube, wir werden sein Auge schleudern oder so Ich glaube Und dann Ja Lass ihn mal austesten Sleepy Deeply Ist gerade für mich Gut Weil es bessere Grafik hat Und alles besser bewegt Also in meinen Augen Das ist halt geistig Nein Bis jetzt geht Ah, das sagt er auch alles Aber ich bin so dumm, morgen gehe ich hier hin Ich muss glaube Ah, ich muss damit Dieses Auge nehmen Da muss ich auf ihn werfen Da wird er mich essen Oder so Oder so Oder so Kann ich raus Jetzt Ist das Schein Ding Ja Typisch Und dumm Kann auch Einig von hier Spinnen Hä Hier muss man Das Ding Ja Ist voll dumm Und jetzt Wird er uns essen Let's go Oh What Bist du schwul Alter Hier Mach bisschen Massage Für dich Bisschen Massage Müssen den Stein Glaube ich Ah Wir werden ihn dann ärgern Und dann wird er uns zu essen Oder so Oder mit seinen Tentakeln klatschen Junge Diese blog Hört Wie Erinnert ihr euch noch Bei swiss Hat guy 1 Nenn ich es jetzt mal Wo dieses Ähm Wie hieß der noch mal Frankenstein War Einfach so Boom 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 So hört es sich an Halt Ne Diese alien ist Schwier geworden Spaß Ich hab jetzt Die Schule Alles gut Voll mit Erzähl gesperrt Naja Let's go Äh Also jetzt machen wir Als erstes Da Bereit Dann nehmen wir es damit Und Ja Schon viel arbeit Bis jetzt Ne Diese arbeit Mache ich Gefühlt In Bei In Suicide Guy Nicht Jedes mal Jetzt Aber Schon So viel Mehr als Ein normales Suicide Guy Glaubt Hier gibt es Entweder Kein Trophäen Oder ich bin Lost Ich schau mal kurz Ob hier Trophäen Gibt es Und wir sehen uns Gleich Oder Leute Wobei Trophäen So ein Unnützlich Sonne Oh Jetzt Komm her Friss mich Mit deinen Zähnen Ja Komm Klatsch Oh Let's go Wieder Ah guck Wir kommen Wieder Zu Dieses Restaurant Guckt Seht Hier bessere Grafik Alles Geiler Einfach Sonne Guck mal Wie Die Oh Das Börger Sieht so Lecker Aus So Riecht Realistisch Sogar Was Ist Etwas Mit Auto So Hier Reimachen Okay Neues Fahre Mal Ein bisschen Geil Das muss ich jetzt machen Ah Das ist ein Turm Wir knallen Ich glaube Ganz schnell Dorthin Komm Schon Let's Go Komm Schon Und 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 Oh Ist jetzt runter gegangen also ich gibt es schon dinger statuen aber die bringen nichts das ist noch ein motor nice wobei ich sehe ein leiter ist auch ein leiter und dann gehen wir nach oben tun es glaube ich an mein auto wie schnell und das noch ein da ist noch ein tun ja jetzt kommen wir schaffen das war knapp ist noch ein luke glaubt jetzt finden wir noch ein motor schätze ich egal neben es trotzdem schluss nur wegen diese trophäe gekommen jetzt nur wegen einem trophäe muss jetzt andere ding finden das ende ist nah das ende ist nah also guck hier muss höchstwahrscheinlich noch ein ein aber wo ach alles dazu haben wir schon hier gemacht Schauen Nein Schnell Luke Geht's Luke dann zu? Kann man uns auch schießen? Nein Da ist das Ding Danger Let's go Ah Die gleiche Kasten ist es Nice Let's go Ah hier Noch mehr Danger Okay Ich glaub jetzt kommen wir zu Dingen Zu diesem Motor Langsam aber sicher Könnt ja nicht von Dr. Stotten springen Aber machen wir jetzt nicht Und wir haben das letzte Motor Motor Das ist mein Motor Richtig schnell Oh Lecker Es hat geschmeckt Es hat kurz Den Ding geblinkt Einfach Nice Mega Was müssen wir das da machen Was ist das? Was ist das? Was muss ich machen? Hä? Okay Glaubt wir Dass Da hinten hin Wo gibt's einen Schrotfinte? Und das müssen wir erreichen Glaubt dieses Warte Warte Sie drücken mal Start Ah Okay Ah Bram Wir müssen es anschieben noch Glaub Ja Let's go Ganz langsam machen Alles ruhig machen Alles ruhig machen Hier lang Warte Let's go Warte 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 Geil Nice Noch nie verkackt Nice Nein Wir können auch durch Verschaffen wir's Wenn wir Glück haben Komm schnell schnell Oh 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 Digga Fast Wir müssen wir da alles wieder von vorne Kann man nix dafür Jetzt darf ich nicht verkacken müssen jetzt richtig langsam aber schlau spielen Nicht jetzt nicht extrem langsam sondern schon schon Natürlich schnell Aber nicht so Ding spielen Hä Hä Ist einfach dort hingefallen Nice Das ist Ich Das war's für heute. schnell aufzukommen schnell ja ja endlich komm schieß lecker hat es da geschmeckt ok jetzt haben tnt mal gucken was ist ok diese level machen wir dann in nächsten folge das war es dann mit diesem video ich habe zu diesem video hat euch gefallen für geschlägt etwas um mich aber dafür können mich unterstützen schaut mal an wie es wird ja wenn damit wird so ein letzter abonniere mich und ja